hallo und herzlich willkommen zurück zu entschraudet so dieses mal bin ich oben gelandet vielleicht komme ich ja von oben da irgendwie rennen ohne dass ich hier runter muss weil das ding ist ich habe mich ausgelockt wieder eingeloggt und wer hätte das gedacht nicht effektiv ach ist das gemein ach man warum ja okay die dinger sind nämlich noch mal so war das hier wo ich dahin musste war nochmal da war eins ne genau dann war hier drüben eins und dahinter war eins okay das mache ich mal eben kurz und ja dann komme ich wieder nach stunden habe ich es wieder gefunden aber jetzt geht es hier rennen und hier runter okay da bin ich jetzt mal gespannt darf alles machen nur nicht sterben ich will das nicht noch mal machen wer ist dass sie die baden wand banner wand banner und das war alles hier keine geheime kammer oder so gut war aber schwierig genug ne super das wollte ich jetzt nicht noch mal zeigen wie hier hinten rum tourne und ja okay so war das das war das ja okay so warte mal tagebuch quests folge der melodie er wecke sie mit einem beschwörungs da okay dann mache ich das ja kein problem gehen wir nach hause beschwören die aber ich habe gehört es gibt noch blöcke zu finden aber wo sind die ein habe ich gezeigt ne okay beschwörung start wo sein sie sind beschwörung stapeln alter verwalter wo ist denn der beschwörung starb was denn das 15 die sind auch stufe 15 aber als selten dann kann ich dich zerlegen warte mal den wildwolf langen kann ich auch zerlegen die dinger kann ich zerlegen edles schwert stufe 15 mein edles wert stufe 30 ok legen krieger hose hatten die schon einmal wurzelstaub kann zerlegen warte 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 20 schaden und die genutzte klinge 20 schaden schnitt ich mit stich ein paar 300 300 und sind verschiedene und kann ich dich mal dahin ist jetzt episch ich hätte die zerlegen so okay eine bessere halterung habe ich krieger hose warte mal habe ich die schon das ist hier ungelmanage ritter brustplatte rechter des nordens datenhelm krieger hose ich will stände haben aber hier ein krieger kriegerhandschuhe hätte ich da kommt die krieger hose dazu war da nicht irgendwas dass man hier beim charakter sich irgendwie anders ausrüsten kann sprich naja so geht es nicht dass man den skin von den klamotten ändern kann da war doch was im gespräch und ich glaube das ist implementiert aber ich finde es halt nicht wo ich denn hier über 28 geht es aber nicht besonders gut oder warte stufe 25 30 haltbarkeit 170 ja ok 170 39 kraft 30 30 30 35 behalte ich aber naja kriegerhose ich hätte gerne was anderes angezogen muss ich da warte mal erstmal alles hier rein ok was ist das knochenmehl das kommt in die mühle kamillentee kamillentee und das war also den hatte ich als ersatz mit schwarzmoor rinde ok warte mal die mich irgendwo eingelagert schwarzmoor rinde hier auch nicht hier vielleicht hier ist nur schutt und steine drin hier oben da war sie da reptilienhaut und das knochenmehl kommt hier hinten da in die mühle ok jetzt habe ich hier noch ein besserer mana trank ich den mit scheint zu ok 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 so warte warte aber wo ist mein stadt ein beschwörungsstab der ist nicht mehr da hier bauhammer alles klärchen ich habe zwei bauhämmer war kein beschwörungsstab ach weißt den kann ich doch hier denn machen oder schwörung starb war das nicht hier nee war das im inventar und wer noch da war ich den neuen so supi okidoki so du kommst mal und die fange lassen dahin so beschwörungsstab ballerie die baden ja wo kommst du jetzt noch hin hier ins eck da wo es so richtig dunkel ist oder hier vorne in turm ich stelle dich mal hier im turm ja moin und geliebte dolche ah meine rettung ist da nochmals vielen dank dass du mich aus diesem schlammigen grab befreit hast ja das war für mich auch schlammig ich verspreche dich nie zu behelligen das besiegel ich mit blut also wo sind meine äh richtig ich hab meine lieblingsdeutsche in den tiergruppen zurückgelassen nachdem ich von einer bösartigen bestie geflohen bin ja die habe ich auch gesehen würdest du mir sie zurückbringen ja die sieht ja wohl super alt aus ähm das wird das letzte sein warum ich dich jemals bitte vermutlich ja vermutlich das ist ein mädchen das letzte ja alles klar alles für den beifall mein leben ist eine sache flamboren leben ist eine ganz andere geschichte glaub mir ich kenne mich mit geschichten aus wir können so schöne melodien zusammen spielen besonders wenn du mir meine handtrommel zurückbringst würde würdest zurückbringen würdest so ich hab sie auf der flucht nach vor den wuka verloren vielleicht kannst du ihre siedlung durchsuchen okay die handtrommel okay was kann sie herstellen sie macht die rucksäcke jetzt aha so das war der rucksack mit 24 das ist der mit 16 der mit 24 und ich habe warte mein rucksack kann lass mich doch mal gucken mein rucksack kann 1 2 3 4 5 6 8 16 24 ich meine man kann doch 48 und wer macht die dann wer macht denn die anderen rucksäcke du du hattest doch die ganzen rucksäcke gemacht ne polstern tierfäcke wer hat denn die rucksäcke gemacht ja ich komme gleich zurück zu dir bist du da gräber und schätze das ist ja auch neu stauraum ne truhe gleiter stauraum gibt es was neues wieso gibt es hier was neues na gut ne 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 er macht das auch nicht da hier steht doch eindeutig dass was neues ist ist es aber nicht und hier unten auch nicht äh man gibt's oh das ding ist neu rustikales bett naja wenn das mal nicht rustikal ist na tische oh ah ja guck an schwarzmoor holz oh ja ja wukitische cool feuerstellen gibt's nix neues bei betten ne weiche mhm stühle ja oh ja ich mein mhm bänke hör auf zu labern da nebendran man 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 badezimmer ist nix neu okay gut lichtquellen auch nicht oder ne wanddekoration nicht äh diverses ich auch nix fühlen naja warte da hinten da 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 die tür ist neu okay ja passt zum baumhaus ne und dann mein fenster wahrscheinlich das gleiche in grün genau oh ja oh ja oh bringt das nix neues okay ich bin noch bei schreiner durch okay so so warte mhm herstellen ne sie hat ja nix neues er auch nicht wer hat was ist hier den rucksack machen leider greifhagen ne wo kann ich denn den dicken rucksack machen bei wem konnte ich den dicken rucksack machen was bei dir ne hä ich hab doch ein 48er rucksack den muss doch irgendjemand herstellen können hallo was tut das ne du energie geschickt ne ne oder muss ich jetzt bei ihr noch ein paar aufträge erfüllen großer rucksack großer rucksack plus 24 slots hatte ich vielleicht 24 das kann sein ne ja 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 ich hatte 24 alles klar gut ne flöte mhm könnte ich bauen ne laute äh tierfälle habe ich aber ne harfe ok ein deckerstiefel die sind gut aus die gefallen mir deckerhose boah die handschuhe auch gut der mantel ist super aber der helm um gottes willen ok was habe ich jetzt hier übersehen irgendwas habe ich übersehen dann ist da noch ein ding dran warte mal betten dekorativ ah banner hä warte mal wieso ist denn da bei allem doch da banner jo mhm ja ok wir sind durch wir bauen jetzt ne laute ne hat sie ja ne harfe äh kupferbarrenleinen und tierfällen ne wir machen hier wir machen eine flöte ok kann ich die benutzen äh ne hallo halt weg nein ähm dann mach ich schnell nochmal da weg da kommt die flöte dahin so jetzt benutzen warte tabulador song auswählen äh morgensonne oh spiel mit jetzt muss er noch auf einem bein stehen tja wir spielen musik komm jazz brutal stell dich auf ein bein will er nicht ok gut daneben nicht äh wo mach ich die harfe hin wieso spielt die denn eigentlich nicht mit nicht das nur mit mitspielen machen das wäre natürlich echt extrem übel wenn ich alleine spiel muss dann ganz alleine mit meiner harfe spielen traurig 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 so jetzt kommt das ding mal da hin so äh 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 da guck äh löschen ja 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 stimmt das war ja so ok alles klar gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen ja morgen ne übermorgen bis dahin gehabt euch gut und tschüss